So, also wir haben jetzt ja über eine halbe Stunde, schätze ich mal, ganz ausführlich über das neue dritte Gesellschaftssystem und Modell der zweiten Scientists for Future 2 Initiative Weltrat gesprochen. Und ich glaube, wir sind uns ja ziemlich einig gewesen, dass es zumindestens mal sinnvoll ist, über sowas nachzudenken, ob das nicht uns den Kohlestopp 26 und so weiter bringt. Deswegen so meine Frage, was ist hier so Ihr erster Eindruck von dem neuen System? Ja, ich habe heute jetzt zum ersten Mal von dem dritten System erfahren, werden wir uns jetzt kurz unterhalten. Es klingt sehr spannend, das ist ein interessanter Ansatz, der weiter auf jeden Fall diskutiert werden kann, den ich jetzt noch nicht näher kenne, aber den es sich mit Sicherheit lohnt anzuschauen und sich dann eine ganz genaue Meinung zu bilden.